Luca, am Samstag geht es gegen den SC Paderborn. Wichtigste Frage allerdings zuerst, die letzten beiden Ligaspiele hast du ja verpasst aufgrund deiner Corona-Infektion. Wie geht es dir aktuell? Ja, mir geht es gut. Also ich bin wieder vollkommen hergestellt. Also ja, es war schon so, dass ich die ein, zwei Wochen dann noch gebraucht habe, um wirklich wieder voll fit zu werden. Dadurch, dass sich das auch ein bisschen mit der Pause überschnitten hat und man dann wirklich eine längere Zeit raus war. Ja, hat einem einfach ein bisschen was gefehlt und ja, ich bin froh, dass ich jetzt wieder topfit bin. Ja, ich denke, sie hatten eine sehr gute Hälfte der Saison, besonders attack-weise. Wie du sagst, Michael hat viele Goals gespielt. Jemand wird hierher kommen, ihn zu vermitteln, aber ich denke, sie spielen in einem ähnlichem Art und wie sie waren. Ich denke, dass nicht viel in der Stil verändern wird. Also, das ist das, was wir wirklich haben. Wir müssen uns darauf achten, wie sie spielen und wie sie ihre Attacken zusammenbauen.